Nee, halt. So, willkommen zurück zu Porto. Und zwar... Also. Ich muss da ein Portal setzen und dann, während ich fliege, nochmal ein Portal. Aber dann müsste ja normalerweise da nur ein Portal sein und das Portal sollte es dann gehen. Das geht auch gar nicht. Ich kann ja gar kein zweites setzen. So. Und das Wand kann ich auch nicht setzen. Ich durchfliege, während die ersten Portale wieder... ...neutralisiert. Halt. Der war ganz schlau. Also, nochmal. Ich drücke mich. Nice. Der ist einfach zu tief. Das ist mir schon klar. Kann ich hier noch kurz nochmal irgendwo zurückgehen? Nee, also von da bin ich gekommen. Okay. Hier ist noch ein Weg. Moment. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Rätselslösung. Wenn ich ein bisschen mit Schwung da reinspringe... ...müsste das doch klappen. Ja? Genau. Und dann... Ah! Ich verstehe die Logik. Ich soll da reinspringen. Dann... ...da und währenddessen... ...also dann da durchfliegen und währenddessen nochmal ein neues Portal... ...mit blau, also mit links, damit ich noch mehr Schwung habe. Okay. Schon mal verdrückt. Das kann jetzt etwas dauern. Hm. Das war nicht so... ...richtig. Hm. 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 Was ist das da? Okay. Also das kann jetzt wieder ein bisschen dauern, bis ich das... Okay. Dafür müsste ich erstmal die Maus ein bisschen ordentlich hinpacken. So. Und dann geht's ab. Hm. Ja gut, der war jetzt nicht so gut. Ich... Ja, jetzt... Jetzt darf ich natürlich nicht über dieses Ding da stolpern. Ich muss richtig mit Schwackes reinspringen und dann noch mit Schwackes das Portal setzen. Und das ist nicht so einfach. Also. So. Erstens hängt hier irgendwo das Kabel von der Maus. So. Das muss ich jetzt mal ein bisschen richten. Äh, falsche Tür. Dann muss ich genau da treffen und genau schießen. Ja, sowas nicht geplant. Also so ungefähr während des Springs nochmal schießen. Ja, gut. Nicht richtig gelandet, nicht richtig gesprungen. Ach, schon wieder. Das Portal ist doch soweit richtig gesetzt. So, dass ich mir einmal nur fallen lassen kann. Auch hier. Okay. Ich glaube, ich schaff das noch. Ich schaff das noch. Ja. Total nicht richtig gesetzt. Ja. Total nicht richtig gesetzt. Das hat was mit dem Schwung zu tun, dass ich dann hier beim Schwingen schon habe. Äh, beim Springen schon. Dass ich dadurch höher weiter, also weiter komme. Nicht höher, aber weiter. Okay. Deshalb brauche ich Schmackes auch hier beim Sprengen. Okay. Geschafft. Okay. So. Ähm. Okay. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Der schießt... Wo schießt der denn jetzt eigentlich raus? Genau, bei dem schießt der da hinten raus. Schießt den denn zur Seite? Und... Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken... Wie ich da hinten was reinschieße. Dann muss ich ja normalerweise hier die Plattform bewegen. Aber die bewegt sich nicht. Wahrscheinlich bewegt sie sich erst wenn das da... Okay. Ähm. Wow. Krass. Das hat mir jetzt vollgebracht. Das hat mir jetzt vollgebracht. Krass. Ja. Ich bin nicht besser... Ich muss einfach mal kurz gucken, okay, der fährt denn so. Eigentlich muss ich da erstmal wieder rüberspringen. Vermutlich. Okay. Genau! Eh... ... ... ... ... ... ... Also muss es doch da und dann durch das Orangen raus. So, blöd ne, das habe ich ja jetzt mal ganz kaputt gemacht. So durch diesen komischen Winkel. Schieß mir ja gleich noch selber, ich sehe das. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, halt. Nee, nee, nee. Okay, Moment. Da. Jetzt muss ich kurz mal da fliegt, da, dann fliegt es da. Ja. 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 Nee, 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 nee. Da, da. Wo müsste es dann hinfliegen, wenn es von da nach da kommt? Wahrscheinlich eher so, irgendwie. Mal gucken. Es ist daneben. Ja, da fliegt ja viel zu hoch. Na ja. So, geschafft. Jetzt muss ich bloß da wieder raus. Moment. Moment. Du, 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 du. Ups. Es geht nur in die Richtung oder was? Es geht nur in die Richtung. Nein. Oh Mann. Also denken ist auch so ein bisschen schwierig. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Ich bin abgerutscht. Habt ihr das gesehen? Eigentlich, wenn ich hier, dann müsste der da kommen. Genau. Warte. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wohelang. Da geht's zurück. Da geht's zurück. Es geht eigentlich immer nur zurück. Nein. Nein. Ganz knapp. Ich hab das Prinzip ja verstanden, aber... Ich hab das Prinzip ja verstanden, aber... ... 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 Wo muss der Kack jetzt hin? Und wo muss ich jetzt hin? Okay, da geht die Tür auf. Oder welche Tür ist jetzt aufgegangen? Die ist ja immer noch offen. Moment. Ja, das macht gleich Puff, da hinten. Die Tür. Was, das sind zwei Türen? Okay. Das heißt, ich muss auch noch hier hoch. Das heißt, ich muss auch noch hier hoch. Halt, ich bin ein riesen Fehler immer, wenn ich jetzt das Ding zerstört. Toll, jetzt kommen die da ja nicht mehr hoch. Oh ne, hier muss ich auch. Testen, ich weiß, wir schleichen uns hier so nach vorne. Deshalb machen wir beim nächsten Mal einfach an dieser Stelle hier weiter. Wenn die Tür hier nochmal zugeht, gucken wir uns erstmal, wo das Ding hier heranlandet. Na. Wenn ich schnell bin und dann... ...nach drüben... Ich gehe mal davon aus, dass ich erst hier ein Portal setzen muss, dort ein Portal setzen muss. Also hier hier so. Also erstmal, denke ich mal hier ein Portal. Und... Und da ein Vorteil. Weil sonst komme ich ja gar nicht vorwärts. Muss dann wahrscheinlich schnell die Knöpfe hintereinander drücken. Und muss dann das Ding rumlenken. Also ungefähr so. Warte mal. Denk erst mal. So. 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 Und dann irgendwie so. So. Aber besser getimed. Also beim nächsten Mal geht es einfach an dieser Stelle hier weiter. Das Ding muss ich jetzt mal auspuffen. Klicke jetzt in irgendeiner Ding ins Kammer hier. Also bis dann. Und äh, ciao.